Es ist immer noch Ferienzeit und natürlich wollen wir trotzdem kreativ sein. Deshalb schaue ich mir jetzt gerade an, wie können wir mit ganz wenig Material in den Urlaub fahren und trotzdem malen. Hallo ihr lieben Kreativen, hier ist Carly Esz von Kreatives Leben. Ich bin Mixed-Video-Künstlerin und möchte ganz in Farbe auch in dein Leben bringen. Und heute will ich Farbe in den Ferien mitbringen. Nur man hat meistens nicht so viel Platz, entweder im Auto oder im Zug oder wenn du sogar fliegst, da kannst du nicht so viel mitbringen. Ich habe etwas gefunden, das sehr günstig ist und das wollte ich mal ausprobieren. Und natürlich habe ich mir auch die Frage gestellt, können wir das denn selbst herstellen? Lass uns das mal anschauen. Ich war letzte Woche bei Phoenix Pfeife einkaufen und habe diese Paint with Water, also Male mit Wasser gefunden und fand das eigentlich ganz super, weil hier hat man alles dabei. Sind zehn Stück Papiere und ich werde euch noch zeigen, wie die Papiere funktionieren. Und ich habe zwei verschiedene Pinseln und das finde ich ganz klasse. Und dachte mir, ja, bevor ich das irgendjemandem empfehle, muss ich natürlich ausprobieren. Denn was kann man zum Preis von 1,50 wirklich bekommen? Ich habe es schon aufgemacht und habe mir hier eine Zeichnung rausgesucht. Wir werden diesen kleinen lustigen Papagei malen. Und was toll ist bei diesem Prinzip ist, dass du hier die Farben schon dabei hast, die Wasserfarben. Dafür musst du sie nur aktivieren. Also ich zeige dir jetzt mal, wie das geht. Hier ein bisschen Wasser aufs Gelb und wir malen den Pinsel auch entsprechend gelb natürlich. Und das Erste, was mir auffällt, ist, dass mit diesem Pinsel keiner wirklich weiterkommt. Also das ist gar nicht der Pinsel und der zweite ist leider auch nicht viel dicker. Und das gefällt mir gar nicht. Da werde ich ja nie fertig. Ich benutze deshalb einen breiteren Pinsel. Ich glaube, das wäre ungefähr die Dicke, die man braucht. Und so, das geht doch um einiges besser, wenn man diesen dickeren Pinsel nimmt. Die Farbe ist nicht sehr pigmentiert. Das ist und es überrascht mich auch nicht. So, das ist mal gut. Und ich werde jetzt mal den Papagei, die haben ja so eher grün, grünes Federkleid. Das Papier wälzt sich auch schon. So, wir haben gesehen, es sind wenig Pigmente da. Die Farbe ist wenig pigmentiert. Aber als letzte Test mache ich noch einen Mischtest. Das heißt, ich schaue, wie gut die Farben untereinander gemischt werden können und ob das brauchbar ist. So, ich habe jetzt alle Farben gemischt, miteinander gemischt und ich finde, dass die Farbkombinationen eigentlich eher langweilig sind. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, decken wir damit alle Farben ab. So, ich möchte kurz zusammenfassen, was da rausgekommen ist und leider muss ich sagen, ganz schlecht. Ich habe hier zwei Pinsel, die viel zu klein sind für das, was ich brauche. Also jedes Kind wird da frustriert sein. Nichts wert. Ich habe hier Farbe, die mittelmäßig ist und das Papier sowieso. Ich weiß nicht, ob du das siehst. Das Papier, das ist so total transparent. Vielleicht kann ich so ein bisschen... Das ist so richtig durchweicht. Hat nichts mit Aquarell oder Farb- oder Malpapier zu tun. Ja, ich verstehe, bei 1,50 kann man nicht so viel erwarten. Das ist nichts. Also die Frage ist, gibt es eine Alternative? Ich finde die Idee eigentlich super. Ich finde die Idee super, dass man in Urlaub geht, für die Kinder bzw. für sich selbst, wenn man gerne malt und koloriert, wie ich das eigentlich gerne mache. Und ist das die einzige Lösung? Ich will nicht alles dabei haben im Urlaub, aber ich habe eine Lösung und ich will das mit dir teilen. Ich finde die Idee hier mit der Farbe auf dem Papier super. Und das lässt sich relativ leicht nachmachen. Du brauchst nur Aquarellfarbe, gutes Papier und das kannst du drauf geben, trocknen lassen und dann kannst du das zur Reise mitnehmen. Für 1,50 wird es natürlich schwierig. Also wir schaffen das preislich nicht. Das kann ich jetzt schon sagen. Ich hatte nämlich als Alternative dieses Papier hier gekauft. Malblock. Den habe ich glaube ich bei Penny gekauft. Für 1,50 auch. Und dachte mir super, das ist die Lösung. Ich habe Papier für 1,50 und ich kann drauf malen. Dieses Papier ist noch schlimmer als das andere. Das ist erstens viel dünner. Zweitens wälzt sich das schrecklich und ich glaube auch für Kinder ist das nicht lustig. Also alles was recht ist. Ich glaube auch Kinder kennen den Unterschied zwischen gutes Papier und gute Farbe. Hier glaube ich, die Farbe könnte einigermaßen passen. Das Papier geht gar nicht. Und was man hier auch gut sieht, die Farben, die ich gemischt habe, die mischen sich erstens nicht so gut und die Farbpalette ist auch relativ langweilig. Obwohl wir haben ziemlich alles. Wir haben gelb, wir haben orange, wir haben violett natürlich, blau haben wir hier, obwohl das nicht unbedingt ein schönes blau ist. Dann haben wir verschiedene Gründtöne, die ich eigentlich sehr schön finde auch zum Malen. Dann haben wir natürlich braun. Ja, dann haben wir ziemlich den ganzen Regenbogen hier und das finde ich eigentlich gut. Aber ja, das Papier ist es nicht und die Farbe ist einfach sehr sehr. Also versuchen wir mein Papier to go für die Reise selber herzustellen. Ich habe jetzt drei verschiedene Papiere vor mir, damit ich die austesten kann, welche sich denn am besten für Aquarellfarbe eignet. Und basierend darauf bereite ich das andere dann vor. Denn wir wollen ein Papier, das besser mit Aquarell umgehen kann. So, ich nehme einfach von einem anderen Blatt Papier hier Farbe. Das eine ist Kopierpapier. Das andere ist von einem Block, das ich auch bei Teddy gekauft habe für fünf Euro. Wobei man hier, steht das dabei, 60 Blätter hat. Also ein guter Leistungs- und Preisverhältnis. Und dann habe ich höherwertiges Papier gekauft, um zu sehen. Und man sieht schon auch, Kopierpapier hat die Eigenschaft, dass es hier sich wählt. Und deshalb kommt es für mich persönlich nicht in Frage. So, das ist gar nicht so schlecht. Aber die Farbe wird nicht aufgenommen. Und ich weiß nicht, ob du das siehst. Das geht noch näher zu kommen. Das geht gar nicht. Und das dritte Papier ist Mietert, heißt das von Canson. Das ist ein bisschen teurer. Da sind glaube ich 20 Blätter, kosten circa 10 Euro. Das ist also, oder 25 Blätter kosten 10 Euro. Das ist also natürlich teurer. Aber ich finde, das nimmt es am besten auf. Und deshalb werde ich das Papier auch nehmen. Es ist auch nicht so schwer. Es ist eigentlich nicht wirklich Aquarellpapier. Aber für unsere Zwecke reicht das alleweilen. Und das finde ich super. Dann lass uns das loslegen. Ich werde dieses Papier benutzen, um mein Motiv drauf zu drucken. Bei mir wird es Mandala sein. Ansonsten kannst du irgendwas anderes drauf drucken, was immer dein Herz begehrt. Wenn du das für ein Kind vorbereitest, dann kannst du natürlich vielleicht eine Meeresjungfrau oder ein Schiff, ein Auto, was auch immer für dich passt. Ich habe also dieses Papier genommen, durch meinen Drucker gegeben. Ich habe hier zum Beispiel in diesem Fall mein Mandala benutzt. Ich habe auf meiner Webseite sechs verschiedenen Mandalas, die du dir gratis runterladen kannst. Ich werde den Link auf jeden Fall unter dem Video haben, falls du Lust hast, das auch nachzumachen. Und ich habe es jetzt ausgedruckt. Und was ich jetzt machen werde, ist ganz einfach Aquarellfarbe hier auf meinem Papier aufzutragen. Das kannst du mit der Spitze so verteilen. Da brauchst du keinen Pinsel dazu. Und du siehst, ich habe immer kalt und warm die Grundfarben genommen. Also hier einen kalten Gelbton. Hier jetzt kommt einen warmen Gelbton. Du musst nicht genau die gleichen Farben wie ich nehmen. Das sind in meinem Fall Newcombos und hier Hansa Yellow Light. Dann habe ich zwei Rosatone, merke ich jetzt gerade. Brauche ich aber nur einen. Dann nehme ich hier den Van Gogh. Also hier kalt und noch einen warmen Rotton. Und diese Farben musst du jetzt trocknen lassen. Und die kannst du dann mit Wasser immer wieder reaktivieren und dann malen. Das werde ich dir natürlich zeigen. Und hier den kalten blauen Ton. Und da empfehle ich dir wirklich nichts anderes zu nehmen als nur die Spitze, weil sonst verlierst du nur Farbe. Das, was ich jetzt aufgetragen habe, reicht natürlich weiter. Das heißt, du kannst hier diese Farbe trocknen lassen und das mehrmals benutzen. Nicht nur für dieses Blatt. Das heißt, du bereitest dir ein Blatt vor, wo du ausreichend Farbe aus deiner Tube draufgegeben hast. Du druckst dir mehrere Blätter aus auf Papier, das ein bisschen fester ist. Das muss nicht das dickste, nicht das teuerste sein. Ich würde es abhängig machen. Ist es eher für dich? Ist es eher für ein Kind? Was wird nachher mit dem Blatt gemacht? Aber für den Urlaub ist das ideal. Und was ich dir noch empfehle, ist so ein Tankpinsel, weil du da die Farbe immer aufnehmen kannst und dann hier malen kannst. Und diese Tankpinsel, sind super, weil du nie Farbe dabei haben kannst. Du kannst überall, du brauchst nur dieses Blatt Papier und diesen Pinsel, du kannst überall malen. Ob Kind, ob du, ob Ehemann, wer auch immer Partner, Partnerin. Du brauchst nicht viel, du brauchst nicht mal Wasser dabei zu haben, weil das hast du alles hier drin. Und das Einzige ist, du musst dich ein bisschen vorbereitet haben und das richtige Papier haben. Und das macht dann Spaß. Ich zeig dir das Resultat am Schluss. So, ich bin jetzt fertig und ich bin über das Resultat total begeistert. Und was mir gefällt ist, wie einfach das eigentlich ist. Das heißt, das kann man wirklich einpacken, immer dabei haben, wenn man gerne malt. Das kostet nicht so viel, das kostet mehr als die 1,50 Euro für 10 Seiten. Also Papier in der Qualität würde ich mal sagen, ungefähr 5 Euro. 5 Euro, sage ich das Richtige? 5 Euro? 25, das heißt nämlich 40, 40. Ich würde ungefähr für diese 10 Seiten würde ich halt statt 1,50 Euro würde ich 4 Euro bezahlen. Ist ein bisschen teurer. Ich müsste die Farbe schon haben in Tuben und ich müsste diesen Pinsel haben. Also ich finde auf jeden Fall, das hat sich total gelohnt. Das kann ich dir total empfehlen als Ersatz für diese billigen 1,50 Seiten. Diese Art der Reisemalerei, nenne ich das jetzt mal, eignet sich natürlich auch super für Kinder jeglichen Alters. Du kannst einfach das Motiv aussuchen lassen durch das Kind. Entweder selber zeichnen oder aufnehmen und dann hast du etwas Tolles. Und was ich dir auch noch zeigen möchte, ist hier oben habe ich auch gemischt. Ich habe da einen hellen Grün, ich habe einen dunkel Grün, ich habe einen hellen Pink, äh Violett, Entschuldigung. Ich habe einen dunklen Violett und all diese Farben habe ich hier und ich finde das Resultat lässig. Ich wollte dir zeigen, jetzt wo alles fertig ist, wie gut die Farbe dann trocknet. Ich habe sie ja schon benutzt, als sie noch ein bisschen feucht ist, aber jetzt ist sie getrocknet. Die kannst du jetzt mit anderen Papieren benutzen und ich habe ja relativ viel noch drauf gehabt und du kannst das jetzt wieder für anderes Papier benutzen. Das heißt, du brauchst es nur einmal auftragen, verschiedene Papiere bedrucken und dann hast du schon etwas für die Reise. Wenn es dir gefallen hat, dann Daumen hoch, abonnieren, wenn du es noch nicht gemacht hast und natürlich kannst du auch gern diese Mandalas auf meiner Seite finden. Tschüss, bis zum nächsten Mal.